Ja, hallo, herzliche Grüße aus dem Hypnose-Studio. Ralf Lederer hier nochmal ganz kurz vor dem Jahreswechsel. Ich habe ja das 2019-2020 Jahreswechsel-Video schon fertig, trotzdem möchte ich hier noch eine kleine Danksagung veröffentlichen. Und zwar all jene von euch, die sich die Mühe gemacht haben, über das Kontaktformular mir Weihnachtsgrüße zukommen zu lassen. Ganz lieben Dank dafür. Wenn ich das jetzt alles manuell beantworten würde, in der Form, wie es dem auch gebührt, säße ich wahrscheinlich wieder einige Zeit hier am Rechner und das täte meinen Augen auch nicht ganz so gut. Deswegen möchte ich das hier mündlich machen und mich bei dir speziell ganz herzlich bedanken. Wenn du zu jenen gehört hast, die über das Kontaktformular mir hier Weihnachtsgrüße zukommen lassen haben. Ich habe all diese Nachrichten gelesen und ich schätze diese sehr. Das zeigt mir, dass das, was ich tue, hier einen gewissen Wert für dich hat, dass du dir auch selbst die Mühe machst, deinen Computer zu öffnen, meine Webseite zu besuchen, auf das Kontaktformular zu klicken und mir Weihnachtsgrüße zukommen zu lassen. Denn sowas ist ja in der Regel nur im engsten Kreis, Weihnachten ist man mit der Familie zusammen oder aber auch, man schickt mal den Nachbarn eine Grußkarte zu, aber dass man dann jetzt den YouTube-Hypnotiseur oder seinen Stamm-Hypnotiseur aus der Gegend, dass man dem da eine Nachricht zukommen lässt, das weiß ich wirklich zu schätzen. Darüber hinaus habe ich auch PayPal-Spenden bekommen, ziemlich genau vier Stück an der Hand und ich bin offen gesagt ziemlich irritiert darüber, wo ihr denn meine PayPal-Adresse her habt. Ich hatte das mal, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber ich hatte das mal ausprobiert, dass ich meine PayPal-Adresse geteilt habe und unter der Option für einen Kaffee, so nach dem Motto, wenn du meinem Sohn für die Zukunft eine Kugel Eis ausgeben möchtest, kannst du mir über PayPal hier was spenden. Aber ich war dann doch der Meinung, dass ich für Gelder, die ich einnehme, dann auch eine Dienstleistung anbiete, sei es mein Abnehmprogramm vergessen zu essen Premium, sei es eine individuelle Hypnosesitzung via MP3 oder über YouTube in irgendeiner Form eine Gegenleistung halt bringe. Und jetzt könnte man sagen, ja natürlich, die Gegenleistung machst du ja hier auf YouTube sowieso, insofern, dass du hier die ganzen Meditationen und Hypnosen veröffentlicht hast. Natürlich, aber das, ja, weiß nicht. Wenn ich also Gelder von einer Person annehme, tue ich das in der Regel nur, wenn ich dann auch gerne etwas zurückgeben darf. Aber ich freue mich. Also, wie gesagt, ich bin irritiert, wo ihr meine PayPal-Adresse habt, aber die Sachen sind angekommen und da kommt ein hübsches Essen bei rum und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Es ist nicht notwendig, aber trotzdem eine nette Aufmerksamkeit eurerseits. Ich werde jetzt auch nicht anfangen, hier wieder einen Link zu posten, um weiter Spenden einzusammeln, denn ich bin ein Dienstleister und wenn jemand möchte, mir was Gutes tun möchte, dann freue ich mich, wenn ihr einfach mir hier auf YouTube weiter zuhört, bei mir dranbleibt oder eben, wenn ich ein interessantes Hypnose-Programm für dich erstelle, wie zum Beispiel das Abnehmen-Programm, dann lade ich dich natürlich auch herzlich dazu ein, meine Klientin bzw. meine Kundin oder Kunde zu werden, indem du das Programm kaufst oder irgendwann mal gegebenenfalls vielleicht ein Hypnose-Programm bei mir in Auftrag gibst. Ja, insofern, jetzt nochmal einen guten Rutsch für das Jahr 2020. In zwei Tagen ist es soweit, ganz ehrlich, ich kann es kaum erwarten. Dieses Jahr war extrem spannend und anstrengend, wie jedes Jahr, aber ich freue mich, wenn es dann weitergeht im Januar, wenn wir einfach mal Weihnachten und das ganze Klim-Bim jetzt dann auch abhaken. Das war schön, aber es ist auch vorbei und dann können wir wieder zack nach vorne gucken und in die Zukunft starten. In diesem Sinne einen guten Rutsch, dein Ralf Lederer aus dem Hypnose-Studio.